Eigentlich war das Kita-Gutschein-System gedacht, dass man sozusagen über den Nachfrage- und Angebot und den Spielraum, der da besteht, die Möglichkeit zu schaffen, dass Eltern ihrem Wunsch- und Wahlrecht nachkommen können. Nun ist ja die Situation so, dass im Grunde genommen vom Wunsch- und Wahlrecht und auch der Flexibilität so gut wie nichts übrig geblieben ist, weil wir massive Kita-Platzmangel an einigen Stellen haben. Und da auch die Träger anfangen zu selektieren und sich die Eltern und Kinder raussuchen, die zu ihnen passen. Und das auch zu Segregationsentwicklungen kommt. Wie wollen Sie denn diese Entwicklung, also zu sagen, ein Träger kann sich eigentlich sozusagen nicht die Elternschaft aussuchen, die er haben möchte, sondern es soll auch eine soziale Mischung in den Kitas geben. Also vereinzelt ist es so, dass eben soziale Schichten in bestimmten Kitas nicht vorkommen. Sind Sie sich dieser Problematik bewusst? Und wenn ja, was machen Sie, um sozusagen dem auch entgegenzuwirken? Bitte schön, Frau Senatorin. Frau Abgeordnete, zum einen einen extremen Kita-Platzmangel, so wie Sie ihn darstellen, haben wir in Berlin nicht. Ich habe das eben dargestellt, wir haben einen Kita-Bedarfsplan, wir haben das erste Mal eine konkrete Bedarfserhebung mit den Bezirken erarbeitet. Es gibt bestimmte Regionen, da haben wir einen erhöhten Bedarf und das ist auch richtig so und wir müssen dem auch nachgehen. Wir haben aber auch Regionen, wo wir mehr Kita-Plätze haben, die nicht, ja, die, ich sag mal, gar nicht in Anspruch genommen werden und wo abzusehen ist, dass wir eine, ein Rücklauf sozusagen, dass da weniger Kinder geboren werden in diesem Bereich oder dazu ziehen, ja. Also solche Regionen haben wir auch und wir haben jetzt wirklich ein systematisches Hervorgehen, also wir bauen die Kita-Plätze aus, 20 Millionen die nächsten zwei Jahre und wir gehen weiter. Das möchte ich zum einen klarstellen, dass wir in bestimmten Gebieten einen Bedarf haben und da systematisch rangehen. Wir haben das Wunsch- und Wahlrecht und das ist richtig so und deswegen melden sich auch Eltern in unterschiedlichen Kitas an, weil sie natürlich die Plätze in den Kitas haben wollen, die sie gut finden und das finde ich auch richtig so. Und das Kita-Gutschein-System damals, es ist eingeführt worden, so wie Sie beschrieben haben, zum einen, dass man eigentlich konkreter planen kann, dass die Familien ihren Gutschein da abgeben und dass man Überblick haben. Die Träger sind weiter vorgegangen und haben ihre Wartelisten weiter geführt, das muss man auch so sehen. Das war eigentlich anders geplant mit dem Gutschein-System und deswegen finde ich es auch richtig so, dass wir da eine andere Systematik auch reinbekommen, dass sich dann die Wartelisten letztendlich dann automatisch auch wieder auflösen in diesem Zusammenhang. Und so wie ich das mitbekomme bei den Einrichtungen ist es schon, dass eine soziale Mischung auf jeden Fall auch gewährleistet ist, dass es da nicht nach dem Geldbeutel geht, sondern eben auch, dass Integrationskinder aufgenommen werden, dass sozusagen, dass Kinder aus unterschiedlichen sozialen Lagen aufgenommen werden, dass natürlich auch auf das Verhältnis Mädchen-Jungen teilweise geachtet wird. Also so wie Sie die Situation in Ihrer Frage darstellen, erlebe ich die Situation nicht. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 10 vom Kollegen Philipp Magalski von den Piratensituationen am Bärenzwinger. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Betrachtet der Senat die Haltung der Bären Schnute und Maxi im Bärenzwinger am Kölnischen Park als artgerecht? Und zweitens, wie steht der Senat grundsätzlich zu einer Verbringung der Bären in einen weitläufigeren Bärenpark? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Czaja. Bitte schön, Herr Kollege Czaja. Ja, euer Bärchen, genau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Magalski, ich beantworte Ihre Frage gerne für den Justiz- und Verbraucherschutzsenator, der auf Kongressen und Veranstaltungen und weiß ich nicht wo unterwegs ist. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, ziehe ich die Antworten zusammen. Die Haltung der Bären im Bärenzwinger am Kölnischen Park entspricht den Vorgaben des § 2 Tierschutzgesetz in Verbindung mit dem bundesweit geltenden Gutachten über die Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren. Trotz dieser Rechtslage hat auch der Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin Bedenken hinsichtlich der Haltung der Bären geäußert. Diese Bedenken sind durchaus nachvollziehbar. Andererseits ist bei der Entscheidung über eine Umsetzung nach Expertenmeinung zu berücksichtigen, dass die beiden Bären bereits ein hohes Alter erreicht haben, einmal 25 und einmal 30 Jahre. Sie sich an ihr Umfeld gewöhnt haben und mit einer Umsetzung eine für die Bären durchaus belastende Anpassung an die neue Umgebung verbunden wäre. Des Weiteren liegt die Entscheidung über eine Verbringung der Bären in einem weitläufigen Bärenpark allein beim verantwortlichen Bezirk Mitte. Nach Auffassung des Senats sowie des Zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes besteht aus tierschutzrechtlichen Gründen keine zwingende Notwendigkeit zur Umsetzung der beiden Bären, da sowohl das ihnen zur Verfügung stehende Areal als auch die Einrichtung sowie Art und Umfang der Beschäftigung des Personals mit den Tieren den tierschutzrechtlichen Vorgaben genügen. Der Vorgängersenat, und das kannte ich auch noch aus meiner Tätigkeit als Abgeordneter, hatte sich mit dem Bezirk Mitte im vergangenen Jahr darauf verständigt. Dass die Tiere bis auf Weiteres am Kölnischen Park verbleiben und nach deren Ableben dort zukünftig keine weiteren Bären mehr gehalten werden sollten. Der Zoo- oder Tierpark sagte zu, dass nach dem Tod eines der beiden Bären das verbleibende Tier bei Bedarf, wenn dies gewünscht wird, in die Haltung des Zoos oder des Tierparks übernommen werden könnte. Vielen Dank, Herr Kollege Magalska, um seine Nachfrage. Bitte schön. Ich sehe, dass sich da auf jeden Fall was bewegt. Ich darf aber in diesem Zusammenhang es als Unsitte bezeichnen, Lebewesen ohne Not in Käfige zu sperren, anstatt ihnen eine natürliche Lebensweise zu ermöglichen. Und die Zeiten, wo man sich Wappentiere bei Hof verhält, gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Darum auch meine Nachfrage, ob der Senat gewillt ist, die aktuellen, also nicht die Zustände, die zuletzt geprüft wurden, vor einiger Zeit, die aktuellen Zustände im Bärenzwinger am Kölnischen Park auch unter Mitwirkung des in Kürze neu zu benennenden Landestierschutzbeauftragten erneut zu prüfen. Bitte schön, Herr Senator. Also appellieren dürfen Sie natürlich am laufenden Band. Sie sind ja Parlamentarier, deswegen nehme ich das soweit zur Kenntnis. Ob man wirklich alle Tiere aus Käfigen entlassen sollte, wage ich zu bezweifeln. Aber Sie können sich damit sicherlich im Fachausschuss auseinandersetzen. Die Fragestellung, ob der Senat bzw. die Senatsverwaltung sich damit immer wieder auseinandersetzt, die ist schon dahingehend gegeben, weil die Tierschutzverbände regelmäßig in diesem Zusammenhang nachfragen. Ich kenne das auch noch aus der Zeit, als ich in dem Zustände in den Ausschuss war und immer wieder über die Frage dort gesprochen wurde. Nur wissen Sie, und das steht auch an dem Bärenzwinger im Übrigen dran, dass das zu erwartende Lebensalter von Bären sehr viel geringer ist, als das Alter, was die Bären derzeitig haben. Also nicht mehr davon auszugehen ist, dass diese Bären da ausgesprochen lange leben werden. Und dass deswegen unter tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten richtig ist, das jetzt derzeitig so zu belasten, wie es ist. Eine Überprüfung wird vor Ort ohnehin regelmäßig vom Bezirk Mitte vorgenommen. Und natürlich wird auch der Kollege Heimann und seine dafür zuständige Verwaltung sich regelmäßig mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich jetzt nicht.